Hallo, wir halten auf Rack und Thailand Rinder im Freiland das ganze Jahr über. Die Tiere werden im Freiland geboren als Kalb, verbringen ihr Leben bei ihrer Mutter und werden dann auch in letzter Konsequenz auf der Weide mit dem Jagdgewehr geschossen, um hier keinen Stress und keine Angst in der Schlachtstätte hervorzurufen, ohne das. Wir halten schwäbisch-hellische Schweine im Freiland das ganze Jahr über. Dadurch haben die Schweine sehr viel Auslauf, schönes festes Fleisch und solange die bei uns sind, haben sie ein glückliches Leben, können wühlen, laufen, fressen.